Zum Glück müssen wir das gar nicht großartig erklären, weil der Otto-Kunde sich quasi mit uns digitalisiert hat in den letzten zwei Jahrzehnten. Wir sind 1995 mit dem ersten Online-Shop otto.de online gegangen und seitdem gehen wir mit unseren Kunden zusammen eben den Weg der Digitalisierung. Das ist natürlich ein extrem langer Weg und eine extrem lange Strecke, aber im Laufe der Zeit hat man schon extrem gemerkt, dass die Kunden ganz selbstverständlich heute den Online-Handel annehmen. Ein paar Zahlen dazu, also weit über 95 Prozent kaufen heute ganz selbstverständlich über otto.de, über die digitalen Kanäle ein. 70 Prozent der Visits auf otto.de kommen schon über Smartphone und Tablet. Da ist also keine Scheu mehr bei unseren Kunden zu merken, wenn es um digitale Themen geht. Natürlich wollen wir aber Zukunftstrends wie KI, wie Chatbots und Co. dann auch wieder gemeinsam mit unseren Kunden lernen und mit ihnen zusammen testen und uns ganz wichtig Feedback von ihnen einholen und gemeinsam den Online-Shop oder den Online-Handel von morgen gestalten und bauen. Das Corporate-Influencer-Programm ist unser Otto-Job-Botschafter-Programm. Das Credo dahinter ist, dass wir unsere Mitarbeiter als die besten Botschafter für unser Unternehmen verstehen. Und unsere Leute gehen dann eben raus als Botschafter für Otto und erzählen auf Konferenzen bei Meetups und Co. über das, was wir hier so machen und welche Projekte wir gerade vorantreiben, welche Technologien uns gerade bewegen und an welchen spannenden Themen wir in Zukunft arbeiten möchten. Und machen damit natürlich dann Werbung für die Arbeitgebermarke Otto und für einen Job bei uns. Also mich interessiert gerade alles rund ums Thema digitale Bildung. Ich habe selbst bald schon zwei Kinder, finde das also ein wahnsinnig spannendes Thema. Bin deswegen auch ganz froh, dass ich beim Digital Kindergarten auf Haber Digital treffen werde und mich da mit den Kolleginnen und Kollegen so ein bisschen austauschen kann und so ein bisschen abchecken kann, was da demnächst zum Thema digitale Bildung auf uns zukommt. Das finde ich wahnsinnig spannend. Einerseits und andererseits bin ich großer Fan, wenn es ums Thema Smart Home geht. Und ich richte gerade selbst unser Zuhause mit Smart Speakern und ferngesteuerten Lichtern und so weiter ein. Und alles, was da sich so tut und bewegt, da werde ich immer hellhörig und verfolge das ganz gespannt.